Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Gran Turismo aus der PlayStation Portable und wir haben die Fahrerausforderung ja schon fertig, aber ich wollte euch noch zeigen, wegen dem Status hier, es gibt ja noch Strecken, 72 Stück an der Zahl, dazu muss man, oder kann man überall den S-Level erreichen. Ich zeige euch jetzt kurz anhand eines Beispiels, wie man den S-Level bekommen kann. Zuerst mal die Modus-Auswahl, nimmt man das Einzelrennen, ich sage jetzt mal eine Runde und gut ist. Dann können wir den Wagen auswählen, einige habe ich ja bereits. Schauen wir mal was zur Verfügung haben. Supra MRS Ich nehme den MRS War immer ein gutes Auto Wir bleiben einfach bei einem super harten Reifen, das passt schon, Traktionskontrolle aus. Fahrphysik, Profi Das Profi-Modell ist eigentlich das schwierigere Modell, das ist auch bei den Prüfungen überall so. Standard ist so die Gran Turismo 4 Lenkung. Und dann kann das auch auswählen. Ah, das kann natürlich auch aus. So. Soweit so gut. Dann können wir noch eine Strecke auswählen, es gibt verschiedene Typen hier. Zum Beispiel die Weltstrecken. Und wie ich sehe, sind noch einige nicht freigeschaltet. Die werden erst im Verlauf freigeschaltet, wenn man dann genug weit ist. Nun ja egal. Schauen wir zum Beispiel eine Weltstrecken. Die Weltstrecken sind alle schon freigeschaltet. Das ist der einzige neue Kurs hier. Riccardo Tormo Dann zweimal Circuit de Lazard Einmal die ältere Version von Gran Turismo 4 Und dann die PSP-Version von 2005 Uchi Speedway F Uchi Speedway F Uchi Speedway 90er Okay Infinean Raceway Dann haben wir noch den Epo Ring Nordschleife Naguna Seca Drei Varianten Suzuka Nämlich Circuit, Ost und West Tsukuba Circuit Hatte ich den nicht schonmal? Okay Und nicht Und dann noch vier Varianten von Twin Rimotegi Stad Parkour haben wir Monaco Chita di Aria Costa di Amalfi New York Seattle Opera Paris Seoul Und Tokyo Abgesehen von Monaco sind alle in beide Richtungen befahrbar. Dann haben wir noch Originalstrecken Apricot Hill Autumn Ring Und Autumn Ring Mini Den Driving Park Deep Forest El Capitan Grand Valley Speedway Grand Valley Speedway Grand Valley Speedway Ost Midfield Raceway High Speed Ring Motorland Driving Park Teststrecke Und dann noch Trial Mountain Und wie ich sehe sind die Strecke nicht einfach Ähm Nicht freigeschaltet Sondern ich kann mit meinem Auto nicht teilnehmen Weil ich keine Reifen dazu habe Ebenfalls eine neue Strecke ist diese hier Catstraw Rocks Trail 3 810 Meter lang Also nicht sehr lange So wir nehmen die Originalstrecken So wir nehmen die Originalstrecken Und ich würde mal sagen Wir nehmen den Anfänger Parkour Vorwärts Wir werden immer ganz kurz rennen weil Es ist immer nur Ein Rennen An einer Runde Und Es wird natürlich nicht sehr lange dauern Ich muss einfach Sehr schnell nach vorne kommen Viel Geld diene ich dabei auch nicht wie man sieht Man kann die Rundenzahl noch anpassen Und ob irgendein Bereich Steigt es dann nicht mehr Und nur noch Etappenweise Ansonsten zählt es zu jeder Kilometer So Dann Würde ich mal sagen Wir fahren los Ansonsten kann ich ja immer noch auf zwei Runden stellen Wenn das zu schwierig ist Ups Ups So So das war's 30 Sekunden eine Runde Bis jetzt erreicht das noch Sind die immer noch nicht im Ziel oder was? Das kann doch gar nicht sein Dies ist die Geschichte über eine Frau Und wie ihr seht habe ich schon Level C erreicht Erst ist Level C schon eingestellt Wir bekommen mehr Geld Und wir können losfahren Wir können noch nicht mehr Wenn das ist Ich hoffe Das ist die Geschichte über das Toll Das ist die Geschichte über die Wunderschöne Und die Und die Das ist die Geschichte über die Ui, nicht hier hineinfahren. So, tatsächlich. Hab ich geschafft. Und hab ich damit WB freigeschaltet. Jetzt stelle ich mal auf 2 Runden, weil das hier ist wirklich eine sehr kurze Distanz. Sonst macht das ja keinen Spass. Das ist natürlich nicht der Schwierigkeitsgrad, weil an sich würde ich das auch schaffen, wenn ich nur eine Runde verfügen könnte. Aber so geht das erst mal ein bisschen länger und ich habe auch noch ein bisschen mehr Freiheit, wenn ich ihn angreifen möchte. Das ist ja einfach vielmal gegen linksgelenkt. Das habt ihr vorhin doch gesehen. Okay, das war peinlich. Also, wenn ich die Turbin-Zahl her ganz umbog gehe, dann bin ich viel besser. Der Fähre an dieser Strecke ist einfach ein bisschen überholen. Sonst ist es eigentlich ziemlich einfacher Kurs. So, diesmal passiert nichts mehr. Mehr als der Minute da zu rennen, aber trotzdem nicht. Dann ist es auch diese Rennen geschafft. Aber ich habe Level A noch nicht freigeschaltet. Deshalb muss ich nochmal fahren. Jetzt ist es das vierte Rennen. Start! Ups. Leider reingefahren. Ich habe mir heute wieder ein paar Games gestellt. Mit elf an der Zahl. Wobei gesagt sein muss, eines ist ein dreifach Spiel. Also drei Spiele auf einem Blu-ray. Also sind es eigentlich 13 Games. Ich habe sie nachgekürzt. Nein! 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 Scheiße! Wegen diesem verdammten Zähler. So blöd. Ich hätte sie eigentlich sehen müssen. Wenn ich zu blöd zum Kacken bin, habe ich es nicht gedacht, dass sie sieht. Oh Mann! Ich verliere Zeit hinter diesem blöden Wagen. So, tschüss. So, tschüss. Ich fahre wirklich ganz gut. Ich bin echt erstaunt. Echt doof. Ich muss doch besser gehen. Schon besser. Jetzt habe ich zumindest auch die Chance anzugreifen. Ich kann mich anschleichen. Überholen. Ich kann mich nicht so gut. Ich muss noch einmal bei uns. Es ist einfach sehr hybrid. Es ist einfach sehr empfindlich für... ...ein... ...soßes Spiel. So, nach mehreren Versuchen habe ich jetzt endlich auch... ...das zweite Rennen geschafft. Und jetzt habe ich endlich Level A erreicht. Jetzt muss ich aus dem Level A fahren. Ich stehe ihnen damit noch ein bisschen mehr Geld. Ich habe eben fast keinen Platz zu holen. Ich stecke es da auch nicht besonders breit. Was eigentlich der Unterschied zwischen den Gegnern für die Cats gerade ausmacht, ist eigentlich vor allem... Wie heisst das nochmal? Der Gummiband-Effekt, genau! Der Gummiband-Effekt ist in diesem Spiel schon sehr vorhanden. Weil die Gegner, auch wenn man super fährt, kann man sie nicht abschütteln. Das ist doch ein kleiner Kritikpunkt. So, fahren wir nochmal... ... 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